Irland, das beliebte Urlaubsziel für Entdecker und Naturliebhaber, ist zu jeder Jahreszeit schön. Wir brechen heute auf, um den Westen der Insel zu erkunden und sind auf den Spuren eines ganz neuen Trends im kulinarischen Bereich. Entlang des Wild Atlantic Way kommen wir auf den Geschmack. Auf Seealgengeschmack. Richtig, denn hier gibt es Atlantic Irish Seaweed. John Fritz Geralt und seine Frau bieten in Derrynane richtige Algenkurse an, bei denen man das frische Atlantic Gemüse vor Ort gemeinsam erntet, untersucht und später sogar gemeinsam zu leckeren Gerichten kocht. Ein kulinarisches Abenteuer der ganz besonderen Art. Zuerst treffen wir uns hier im Restaurant The Blind Piper. Hier erkläre ich alles über Seealgen und ihr Vorkommen, bevor wir dann an den Strand gehen bei Ebbe, wenn das Wasser zurückgegangen ist, um die Algen frisch zu sammeln und auch teilweise schon frisch zu probieren. Dann gehen wir her zurück und bereiten das Algenmenü vor. Natürlich wird dann auch gemeinsam gegessen. John Fitzgerald kennt sie alle. Alle Algensorten und vor allem weiß er genau, wo er sie finden kann. In atemberaubender Natur und an wunderschönen Stränden findet man das frische Meeresgemüse, welches übrigens an den irischen Küsten besonders frisch und gesund ist, aufgrund der guten Wasserqualität. Ein Tag mit John und seiner Frau verspricht jede Menge Abenteuer, Unterhaltung und kulinarische Genüsse. Ist das Gemüse dann einmal auf dem Teller, bekommt auch der letzte Skeptiker Hunger. Wer schon mal auf dem Wild Atlantic Way unterwegs ist, sollte sich auf dem Weg zum Algenabenteuer auch das Park Nassila Resort ansehen oder sogar dort übernachten. Authentischer und romantischer kann man die Region kaum erleben. Das Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert mit allen Annehmlichkeiten ist das wohl bekannteste Hotel Irlands. So lassen sich aufregende Algenerlebnisse hervorragend im gemütlichen Herrenhaus mit sprechendem Ausblick auf den Atlantik oder im stilvollen Restaurant des Resorts Revue passieren.